Yo, wir machen weiter mit GTA 5. Wir stehen mit Michael in Morningwood in einer Seitengasse und machen mit Franklin aber die nächste Mission. Ihr seht, es ist die einzige, die zur Verfügung steht. Eigenartigerweise. Macht nix. Ich denke mal, die Dinge werden sich dann schon entwickeln. Nein, falscher Knopf. Franklin hat angeblich zwei Missionen. Ich sehe nur eine. Eine Mission wahrscheinlich am Klo. Und die andere in den Bergen. Fahren wir mit dem Taxi oder... Fahren wir mit dem Motorrad. Schauen wir mal, wo wir genau sind. Wir sind nicht weit. Okay, da fahren wir manuell hin. Das ist ja bei ihm zu Hause. Hm. Okay. Fahren wir heim. Hoffentlich ist es nicht eine Mission mit Job. Oh, schade. Ich wollte umsteigen in seinen gelben Flitzer. War aber zu langsam. Sex Addict. Cool. Bin ich eigentlich auch? Aber es nützt mir nix. Kann ich das Haus hier kaufen? Schau mal. Der Killer. Schau mal, ob ich mir das leisten kann. Glaub, eher nicht. Franklin ist ja nicht gerade der mit dem meisten Geld. Das ist Michael. Zwei Millionen Dollar. Naja, gut. Ich habe immerhin fast 700.000. So weit weg sind wir da auch wieder, ne? Einmal gut anlegen und ich wäre da, aber... Oh, sorry. Ja, mein Motorrad. Ja, ein bisschen gut und schlau angelegt. Und wir hätten es uns leisten können, aber leider geschäftliche Dinge liegen mir nicht so. Ich bin mal der Mann fürs Brutale. Fürs Grobe. Und für die Triebe. San Andreas ist in big trouble. Ja, wieso? Was ist denn passiert? Man weiß ja gar nicht, was ist die Straße und was ist die Einfahrt. So prächtig sind hier die Einfahrten in diesem Willen. Meine ist da gar keine Ausnahme. Was darauf? Ich war schon lange nicht zu Hause. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aussieht. Ich erkenne nur mein Auto wieder. Und die Knochen von Job und die Haufen. Wieso steht denn da die Tür offen? Soll ich meine Waffe zücken? Soll ich schon mal? Ist jemand zu Hause? Alles hell. Also ich möchte hier persönlich nicht wohnen. Das wäre mir zu riskant. Da bräuchte ich ja eine Armee. Um das Ganze zu beschützen. Aber als Gangster hat man es wahrscheinlich leichter. ist hier eine Scheibe drin oder nicht? Ne, da kann ich rein. Okay. Und der hat immer noch nicht richtig ausgepackt alles. Schau. Da liegt der Schinken. Ja was da? Job darf hier rauf. Ne, bitte. Der soll unten bleiben. Bitte nicht. Mach die Haufen hier. Der ist nicht stubenrein. Job. Es wäre mir neu, dass Job stubenrein ist. Ich habe mich schon 15 Mal umgezogen und jedes Mal was ist denn das? Schau. DS Dominos. Hat er gespielt? Mit wem? Mit sich selbst? Weil sonst ist ja niemand hier. Die Nutten glaube ich werden nicht mit ihm spielen. Zumindest nicht Dominos. spielen eher Hansimos. Domi, Domi Mös spielen die. Und ich finde schon wieder nicht runter. Ah, jetzt hat es wenigstens die Cutscene getriggert, die Mission. Mission am Mars. Wie es aussieht. Wir schauen durchs Ferrenrohr. Oder ist er nur ein Spanner? Beobachte die die nette Milf von nebenan. Ah, da haben wir schon. Das ist Amanda, hm? Ne, nicht Amanda, das ist Tanisha, oder wie die heißt. Das ist die erste SMS, die ich bekommen habe. Nein, Lamar ist ein Arschloch. Nicht mein Best Friend. Mann, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking Clans. Genau. Meine Meinung. Kann der Lamar nicht ausstehen. Shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. What the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar, you gotta help him, Franklin. Man, this shit is old. Oh, oh. Der Arzt ist auch ein Mörderer. Das geht schnell. Die ist doch hässlich. Schon sollte er die heiraten wollen. Schau dir die Vatussi-Lippen an. Hm. Ich hab immer noch dasselbe Holzfäller heimt an. Schau. Mhm. Das wird sich persönlich. Nein, ich will den Arsch nicht retten. Soll ich mir gestohlen bleiben. Nein, ich will nicht. Muss aber. Jetzt geht's nicht weiter. Franklin ist die einzige Mission hier. Michael hat keine, Trevor hat keine. Oh, scheiße. Sie zwingen mir Sachen auf. Was hat Lester damit zu tun eigentlich? Franklin, was ist denn? Hey Mann, ich bin in eine bit of a bad Situation. Wieso? Wir haben einen Raketenwerfer dabei. Und... Ja. Ich bin in eine Müll, bitte. Es muss sein. Ich habe die Nachkarte in der Polite-Bay-Police-Netzwerk von der Sku, die wir da hatten. Gib mir einen Moment hier. Äh, warten wir. Äh, ja. So, was ist das? Ha. Das muss es sein. Es gibt äh, Sechs Kilometer! Seh ich jetzt erst. Oh, das wird wieder eine schneller Schießerei enden. Meine Nerven werden brach liegen. Oh Gott. Ich seh's kommen. Aber ich habe, glaube ich, heute einen guten Tag. Heute geht kein Controller zu Bruch. Hab's mir geschworen. Fünf pro Woche ist zu viel. Es geht ins Geld. Was war denn das jetzt? Hast du das gesehen? War das ein Monster Truck? Ich glaube, ich nehme ein Taxi. Außer es ist eine interessante Strecke hier. Wir biegen jetzt nämlich ab. Oh, falsch abgebungen, oder? Ne, ne, es passt so. Jetzt waren es nur noch 4,5. Soll ich mir noch ein Taxi leisten? Ich könnte die Taxigesellschaft kaufen. Ich glaube, die ist gar nicht so teuer. Die könnte sich Michael inzwischen leisten und dann kann man gratis mit dem Taxi fahren. Wollen. Die 100 Dollar pro Fahrt. Haha, das Radio. Eine gesunde Watschen. Dann sagt man Danke. Das ist die richtige Erziehung. Genau. Genau meine Meinung. Anti-autoritäre Erziehung. My ass. Ups. Also über die Brücke bin ich auch schon oft gefahren. Das erste Mal bei den Altruisten, glaube ich. Zu den Altruisten. Könnten wir auch mal vorbeischauen, hallo sagen, was sie mit den Organen der armen Wanderer gemacht haben, die ich mal vorbeigebracht habe. wie er jetzt die Leber hat. Ganz schön viel Verkehr hier auf dieser Schotterstrasse, ha? Ist das normal? Wo ist da was los? Vielleicht irgendein Gangbang in der Nähe? Oder... so eine... so ein Flash-Mob, der sich hier trifft. Und da ist der Tunnel, ja. Selber Weg wie zu den Altruisten. Ich glaube, das ist in der Nähe. Vielleicht ist das das Sägewerk. Das haben die Altruisten übernommen. Bremsleber ein bisschen hier. Ich weiß, das ist etwas... Steil... Abgehangen hier. Das ist ein super Sender. Ah, Gott. Ah, da haben wir schon den Salat. Die Traktion lässt nach. Ah, das ist auch ein Scheiß. Willi Nelson. Ist das nicht der Willi Nelson? Hat er nicht mit Julio Iglesias gesungen? Ja, das ist er, glaube ich. Und wieso steht Trevor hier? Stuhli. Okay. Wow, das ist ein... richtiges Sägewerk. War das vorher auch schon da? Wo ist das Gras? Das ist alles Gras? Ist doch Sägespänne. Wieso müssen wir den Arsch überhaupt retten? Wenn ihn interessiert, Lamar, bitte. Ah, okay, ich bin mal... Ich bin Trevor. Geh auf Angriffsposition. Zu einer. Ja, welche? Ich glaube, ich nehme die da. Ich glaube, ich nehme die da. Ich glaube, ich nehme die da. Okay. Okay. Ach so. Ich weiß nicht, was ist das Beste? Ich nehme den Mittleren. Ich will trotzdem noch, dass er... dass er was machen kann, der Michael. Mir etwas Schutz geben kann. Begleitschutz. Cover. Fire. Aber... Gleichzeitig will ich nicht... vor der Vordertür rein stürmen. Und den Bulldozer könnte ich benutzen, hat er gemeint. Okay. Klingt sehr... vernünftig. Der Bulldozer hat sich bewährt. Habe ich schon einmal benutzt. Treivers Position wird bestätigt. Ach so. Das habe ich falsch verstanden. Ich hätte da einen Treiber, weil der hat ja die... Spezialfähigkeit... wo er halb so viel Schaden einsteckt. Oder noch weniger. Wir werden auf deinem Signal attackieren. Okay, lasst das. Lass auf den Feuer. Hier komme ich, Arschlusser! Wow, fuck. Findet einmal. Es geht los. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hätte da rauf sollen. So. Kack gedampft schon. Ich habe noch gar nicht geschossen. Was habe ich denn für eine Waffe in der Hand? Das Sturmgewehr? Ganz... konventionell. Soll ich hier? Da oben? Ja, ich glaube... Trevor braucht jetzt keine Hilfe, ne? Der sitzt ja im Bulldozer. Ah, die schießen schon. Au, au, au. Ach so, das ist der... Ach so, das ist der... Okay, da hätte ich nicht rauf gebraucht. Oh, wow. Oh, wow. Boah, Teggong bringen. Das ist mal scheiße hier. Das ist mal scheiße hier. Natürlich, von allen Seiten. Natürlich, von allen Seiten. Au, ho, ho, da hat jemand mit der großen Artillerie auf mich geschossen. Ne, das war nicht gut. Das habe ich kaum gesehen. Muss ich jetzt erneut? Na. Scheiße. Alles von vorn. Also... Da oben ist, glaube ich, nichts. Ich versuche beide da unten zu platzieren. Ja, wir wissen es, wieso hat es nicht vorher gespeichert? Das ist wieder super designt. Wie oft muss ich das jetzt machen, ha? Toll. Gameplay vom anderen Stern. Du bist der Experte in den Atmen auf die unverschämten. Ich liebe es. So, den gehen wir da her. Das Bulldozer sollte einen Impact machen. Okay, meine Zeit, um zu gehen. Okay, ich bin auf der Spie. Wenn die Zeit kommt, werde ich, was ich hier kann. Wieso müssen sie meine Nerven immer so strapazieren? Wieso muss das... Wieso können wir nicht irgendwo in der Nähe dieser Punkte? Wieso muss ich da hinlaufen? Alles idiotische Entscheidungen. Hirnverbrannte. Wo ist denn überhaupt der zweite Punkt? Hätte ich denn nicht gleich beide auf einmal loslaufen lassen können? Wir gehen zusammen. Okay. Gib uns das Signal, wenn du bereit bist. Draco. Lass uns einen Typen finden. Ich werde dich raus, wo ich kann. Demars ist wartet, Bruder. Komm schon. Los, fahr. Ich renne hinter dem Gerät hier nach. Ich glaube, das ist sinnvoll, ne? Oh Gott. Ich werde dich raus. Ja. 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 Ich werde dich besser verlaufen. 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 Wo ist jetzt... Ist er schon ausgestiegen? Ne. Aber der Bulldozer deckt so ziemlich... Hey! Deckt so ziemlich alles ab. Hey! Er hat... Er hat... Er hat Trevor rausgezogen. Schau mal. Da oben ist auch einer. Wo ist der Marat, Kinder? Wow. Irgendeiner von denen hat ein... Riesengerät. Schau dir diese arschmässige Deckung an. Können die nicht ein bisschen irgendwas... Was nach Deckung aussieht. Klar kann ich da nicht vorbeischießen! Ja! Wieso kann ich an dem blöden Gerät nicht vorbeischießen? Kann ich nicht zu Michael wecklen? Ich glaube es ginge auch, hm? Wenn ich das gewusst hätte hätte ich noch eine... Google-sichere Weste eingekauft. Wenn ich das gewusst hätte... Die spawnen jetzt so lange bis ich ihn gefunden habe. Oder kann ich das Gebiet säubern? Dann in Ruhe suchen. Das müsste man wissen. Lamar! 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 Bring out Lamar! We'll go away! He better not be dead assholes! Chamberlain Gangster families for life motherfuckers! Ich will den da hochjagen. Habe ich was größeres. Ja, aber nur einen Schuss. Ich werf mal da eine Granate rüber. Was hat er gemacht? Wieso, du... Mann, ich hab... Oh Gott, er hat die Granate hingelegt! Nein, bitte! Sag nicht! Schau dir das Rentvieh an! Leg die Granate hin! Okay, bis gleich! Okay, ich bin zurück! Und nach dem 50. Versuch habe ich es geschafft, endlich Lamar zu finden. Und... Es ist aber noch nicht vorbei. Wir müssen hier noch... Entkommen! Das ist wahrscheinlich genauso schwer. Wir haben zwar schon alle gegildet, aber sie sind alle wieder respawned, natürlich. Könnte es anders sein. Eine hirnrissige Mission. Absolut abartig hirnrissig. Nämlich die Tatsache, dass man immer wieder von vorne starten musste. Und diese Positionen einnehmen. Und ich hab dann drauf geschissen und bin einfach mal beim Eingang rein. Das war die einfachste. Hat sich rausgestellt. Super, schau wie spannend! Man mäht einen nach dem anderen. Wieder! Und die Steuerung ist auch im Arsch, denn es bewegt sich im einstelligen Framebereich. Okay! Okay! So, wo... Wo sind diese Ärsche? Sie spawnen immer Welle zu Welle, weil... mehr... geht sich fremdtechnisch wahrscheinlich nicht aus. Ja, schau, da haben wir den Salat. Genau vor wie wir gespawnt. Oh fuck, schau mal! Da unten! Ich lage einfach alles hoch! Die Autos sind auch schon mal... Nein, nein! Michael ist in Schwierigkeiten. Wo? Ja, wie? Ich würde ihm gern helfen, aber die lassen mich nicht. Ich kann da nicht rüberschießen. Gott sei Dank! Das war knapp! Ich hab schon die Engel singen hören. Ich dachte... Michael... stirbt mir weg! Ich nehme Lamar! Was? Wo soll ich hin? Ich nehme an zum gelben Punkt. Wir nehmen das Auto, oder? Das blöde ist der Auto. Bring Lamar zurück zu seinem Haus. Was wollen wir wetten, dass hier jetzt wieder ein Haufen spawnen wird? Bist du sicher, dass wir hier auffahren müssen? Mann, ich fühle mich nicht, dass eine kleine Fahrzeuge stehen, in der Weg einer Geldmöglichkeit zu machen. Oder ich habe mich verletzt, Tony. Mann, du bist immer ein Pessifist. Nein, Mann. Ein wirklicher. Au! Scheiße. Das Auto ist nicht dafür gemacht. Ich glaube, ich kann hier das Sachse nicht nehmen. Können wir nur allein benutzen. Ist keine Sammelfahrt möglich. Mann, du schaust... Weil ich habe schon gezeigt, dass es ein paar Mal gab... Nein! Ich bin komplett 100% schaust. Every time... Oh! 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 Das ist schiefgegangen! Ha ha! Er hat sich kaum stören lassen. Ja, ich weiß nicht. Ist das wirklich so spannend? Nein! Ich würde sagen, ich fahre jetzt mit ihm nach Hause und melde mich dann wieder. Also, bis gleich! Okay, ich bin zurück und wir biegen gerade ein in die Straße, wo ich früher gewohnt habe. Und wo Lamar jetzt wohnt, oder was? Ja! Nach endlosem Gelaberer und einer vollidiotischen Mission warte ich nur noch auf mein Bestandenabzeichen. Ja, das ist echt. Ja, mein n****, you know your n**** out here doing B.A.D., man. Why don't you slide me a few dollars or something, you know what I'm talking about? Das ist hart out here in the sack. Oh, shit, my n****, das ist nothing. Shit, I know you done went all Illuminati and shit, you know what I'm saying, leaving the street n****s in the back, but... Damn, man, way to keep a n**** down, my n****, I mean... Thank you, I guess. Just payment for all the work a n**** put in for you getting them cars and shit, you know what I'm talking about? Give a n**** just enough money to get him a little 40 ounce and a bucket of chicken on the way to the poor house, huh? Man, don't be like that, dog. Cause number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. Ja, eben, das war der Fehler. Wieso haben wir das Rindfee überhaupt gerettet? Man, you supposed to, my n****. I thought we were homies for life. Me too, but I thought we were trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can help for is a big turn off of your motherfucking front. Ich dachte, das Gelabere sei jetzt zu Ende und es beginnt erst so richtig. Oh, Gott. Wir haben schon begriffen, worum es ungefähr geht. But instead you wanna be this gangbanging mad dog and asshole. Oh, my bad, Mr. Goldcard. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Fuck you, Lamar. Nah, fuck you eff, nigga. I thought we were homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, I got you. Yeah, yeah, er ist neidisch, wir wissen's. Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the Sandbox together. I know that. I got you, dawg. If something good comes up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga. If you remember where that is. Oh, what's up, players? Ah, um Gottes willen. Man, I don't know y'all. We're done. Hey, we ain't done yet, Omi. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, no. Something more sensible. We've got everything done. Hey, when the time is right, we're gonna take on Trevor and put him out of the pasture, Omi. Michael will be sensible, but Trevor, Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do it. Hey, when we give you the word, you're gonna do it. Hey, get Michael to do it. Me and Trevor cool, dawg. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, Homie. Was? Ich soll jetzt Trevor gehen? Soll das ein Scherz sein? Hey, who was that? Ah, das war eine Aufgabe für Lamar, weil Trevor wird ihm den Arsch versohlen. Ist es jetzt endlich zu Ende? Kriege ich mein Bestanden? Oder kriege ich es nicht? Heute noch? Vorher speichern, Gott sei Dank. Dass ich das nochmal machen muss. Silber sogar, okay. Sie wollten sich nicht verscherzen mit mir, glaube ich. Und haben mir Silber gegeben. 18 Kopfschüsse. Das war, glaube ich, was den Unterschied ausgemacht hat. Lamar ist am Boden, aber leider ist er wieder aufgestanden. Und wir schauen weiter, wie das in der nächsten Folge mit Trevor zu Ende geht. Jimmy meldet sich. Okay. Wenn ihr interessiert. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.